Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ja, heute möchte ich einfach mal eine kleine Ankündigung machen. Und zwar habe ich nächsten Monat drei Wochen Urlaub. Und in dieser Zeit habe ich mir einiges vorgenommen. Und zwar möchte ich mein Zimmer von Grund auf neu gestalten. Ich möchte es umräumen, also umräumen als auch renovieren. Bedeutet, ich rupfe einfach alle meine Möbel und Kleidung und PC und alles, was hier drin steht, rupfe ich raus. Dann mache ich einen neuen Boden rein, streiche die Wände neu und dann kommt alles wieder rein. Und zwar auf eine andere Art und Weise. Stell es gleich nochmal neu hin und kaufe mir auch einen neuen Schrank und so weiter und so fort. Und ich habe mir überlegt, dass ich das Ganze, was ich jetzt alles rund um mein Zimmer umgestalte, neu mache, dass ich das jetzt alles auf Video aufnehme für euch. Und dass ich das als kleine Serie hier auf YouTube veröffentliche. Denn ich denke mal, das könnte ganz interessant werden, gerade wenn es so Richtung Schreibtisch neu aufbauen geht. Da habe ich mir nämlich schon einige Sachen bestellt, die hier schon liegen, die ich allerdings noch nicht anbringen kann. Das wird dann aber in den drei Wochen Urlaub, die ich dann habe, wird das dann kommen. Ja, und da nehme ich dann einfach alles auf, filme das und pack das in verschiedene Folgen und platte das hier hoch. So, und heute als kleinen Einstieg dann direkt schon mal die erste Folge. Und zwar habe ich mir ein neues Computer Case bestellt von Fantex, das Evolve-X. Und das möchte ich heute mal mit euch zusammen auspacken, mein PC da reinbauen und ja, dann quasi schon mal den ersten Schritt der Umgestaltung für mein Zimmer wagen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. So. Ja, geil Leute, das ist jetzt direkt weg von der Kameramann. Du bist der Kameramann. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Verprügeln! Oh nein! Oh was? So. So Leute, das ist einmal das Case, was ich vorher hatte. Das ist das Fantex, Anthulux, wie heißt es denn nochmal? Ja doch, Anthulux Temperate Glass müsste das sein. Ähm, ja, das ist das Case von vorher und ich werde das jetzt, die ganze Kram da ausbauen und dann wird das neue Case da drüben reingebaut. So Leute, jetzt wird alles ins neue Case eingebaut. Ich hab's hier einfach mal so hingelegt und dann werden wir jetzt hier erstmal diese kleine Platine hier einbauen. So, dann bauen wir jetzt einmal das Mainboard wieder ein. Freunde. Jetzt sind alle Teile montiert, der Rechner läuft und es fehlt nur noch etwas von hier. Das Gehäuse, das Gehäuse, das Gehäuse, das Gehäuse besteht zum größten Teil aus Stahl und Aluminium und macht dadurch einen sehr hochwertigen Eindruck. Zudem enthält es Aura-Sync-kompatible RGB-LED-Streifen, wodurch es sich mit dem Rest des PCs synchronisieren lässt. Dort oben an dem Lüfter fehlt noch ein Designring in passender Farbe, darum kümmern wir uns im Anschluss. Außerdem fehlt beim Power Supply Shroud noch ein Cover, welches das Specsheet vom Netzteil verdeckt. Dazu sägen wir nun ein passendes Stück aus schwarzem Kunststoff aus und bekleben dieses mit Teserstreifen, um ein paar Akzente zu setzen. Jetzt wird die schwarze Kunststoffplatte besprüht mit grauer Farbe und die Akzente werden danach in schwarz zur Geltung kommen. Das hier ist der Lüfterring, der leider momentan eine rote Farbe hat, welche nicht so gut zum Gehäusedesign passt. Daher wird dieser auch noch mit der grauen Sprühfarbe besprüht, um zum Rest des Designs zu passen. Die Platte ist nun trocken und die Klebestreifen können entfernt werden. Nun sind auch die zuvor genannten Akzente sichtbar. Jetzt bauen wir das Netzteil einmal aus, um die Platte zu platzieren und setzen anschließend das Netzteil wieder in seine Position. So sieht das Ganze nun fertig aus, die Platte deckt perfekt den Specsheet ab und gibt dem Gehäuse ein abgerundetes Gesamtbild. Der Lüfterring ist inzwischen auch getrocknet und wird montiert. Hier sieht man das Ganze noch einmal fertig. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schreibt mir auf jeden Fall mal unten rein, was ihr von der Serie rund um meine Zimmerumgestaltung haltet. Ein großes Dankeschön geht auch raus an Henning, der bei diesem Video mitgewirkt hat. Er hat seine gottgleiche Stimme benutzt, um es zu verbessern. Vielen, vielen Dank dafür. Schaut auf jeden Fall bei seinem Instagram-Channel vorbei und bei seinem YouTube-Channel. Beide Links sind in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und auf Wiedersehen. Wie wichtig ist, damit sieht man, wenn es急 Peaklast ist im grave. Hä, gerade bei unserer Gesamt��brecherela Stimme dazu in der Videobeschreibung kommt. Und dann setzt er. Frei üst coach sich bei mir in der Videobeschreibung. Wie wichtig ist, da wird sich eine Kal тон shore zu sein. Öff微 Triumphlevze, unsere Breil request essen, ausgefilма! Das warО tertεische Breil mit dem hoch. EuchHappy точкиirmiieren? Bis zum nächsten Mal.